Hallo und herzlich willkommen zu Planner Coaster. Wir haben die Aufgaben, ein Hotel mit 28 Räumen zu besitzen. Also unmöglich, meiner Meinung nach. Ein Restaurant mit 6 Räumen und eine Parkbewertung von 600. Unsere Wartestangen hier sind überfüllt. Und jetzt schauen wir uns erstmal unsere neue Bahn an, die ich hier eröffnet habe. Oh Gott, es laggt. Es soll nicht laggen. Kann dieser Computer nicht einmal funktionieren? Hier, wir nehmen dir mit dem grünen Hut da vorne. Ich möchte denn deine Ansicht. Das meinte ich, ach der ist so lange angestanden. Mein Beileid. Ich möchte die Ego-Perspektive. Hä, das sei jetzt aber nicht voll besetzt. Dann ist gar, dass ihr ewig ansteht, wenn die jetzt nicht voll besetzt ist. Dann müssen wir das noch einstellen. Können wir jetzt damit mal fahren oder auf was warten wir? Die anderen haben da schon Spaß. Ich möchte auch Spaß haben. Okay, es geht hier unter. Es geht hoch. Okay, es geht sehr stall hoch. Ja, es geht halt nicht so weit hoch, oder? Ging es bei Grendel auch noch so weit hoch, oder ging es so höher? Ich glaube, die ist ein bisschen krasser, als die andere, wo wir gebaut haben. Die ist definitiv krasser. Ja. Die hat schon mehr Wumms. Bis damit würde ich auf jeden Fall mitfahren. Oh, ein Duping. Okay. Ich überlege mir, ob ich da mitfahre. Dupings sind sicher nicht so mein Ding. Aber ich finde die auf jeden Fall nice. Ja. Also mit... Ich denke, ich würde mitfahren. Und so. Da könnten wir jetzt irgendwas zum Essen nochmal hinbauen oder so. Und jetzt haben wir gerade ein bisschen mehr Kohle. Wir können auch einfach abwarten, dass wir noch mehr Kohle kriegen. Was wollen denn die Leute? Was ist das, was andere Menschen wollen? Ähm... Die wollen nicht lange warten. Ach ja, wir wollten die Fälligkeit dieser... Wollten die hier auf ganz voll stellen. Hm... Wo geht das jetzt hier? Vollbesatz. Ist schon eingestellt, hä? Eine Sekunde. Alter hier mal ein bisschen. Hier, das setzt wir mal runter auf. 30. Das hier auf. 50. Brauchen wir ein bisschen mehr... Aktivität. Wir brauchen... Diese Stange ist zu lang. Ja, die ist echt überfüllt. Oh, wir haben Gewinn gemacht. Parkbewertung plus 1. Wir brauchen hier 600. So. Das sind doch... Das ist doch nicht voll besetzt. Hier, das sind 4 Leute. Da passen aber 8 rein. Warum besetzen diese Bälgen... Äh, die die Bälgen nicht voll, wie ich das gesagt hab? Ich versteh's nicht. Ähm, wir wollten noch ein paar Mülleimer und so aufstellen, falls die danach reihen müssen. Weil so... Loopings und so sind ja nicht ganz ohne. Was ladet das denn immer so lang? Ähm... Was haben wir denn da für so viele coole Mülltonnen? Für so eine... mit Grünchen. So. Vielleicht muss mir bangt, dass man nach der anstrengenden Phase so chillen kann. So Plastik-Ton. Wirkt direkt benutzt. Finde ich schön. Dass ich Dinge nicht umsonst baue. Kotze, als einer rein in den Müll einmal. Warten wir mal kurz. Ich glaub, wir brauchen 4.000 für die Bahn, die ich bauen will. Nee, hat jetzt keiner reingekotzt. Und die nächsten an? Die haben Müll auf jeden Fall reingeschmissen. Entspannen sich dann da. Okay. Ja, da ist es einfach voll. Da ist es wahrscheinlich auch voll. Naja, hier geht's eigentlich. Ähm... Vielleicht sitzt es dran, weil die andere Bahn ist ja nicht mehr so neu, aber die ist halt eigentlich auch nicht, aber... Ich weiß nicht, warum die so abgeht. Etabliert. Das ist ja nicht mal mehr ein geiler Ruf. Das wäre so eine Bahn, wo ich fahren würde, weil ich... mal kurz eine Auszeit brauche und dafür würde ich halt nicht so lange anstehen. Ach nee. Wir brauchen da eine höhere Praktbewertung. So, was könnten wir denn das schönste hinbauen, dass das besser vorwärts geht. Wir brauchen ein Restaurant. Ein Restaurant ist aber teuer. Beziehungsweise wir brauchen ein Restaurant mit mehr Bäumen. Ich baue das Ding hier einfach um. Ähm... Beide will... Wenn man hier... Das ist... Das macht auf jeden Fall Lust sogar. Das ist traurig. Ähm... Kann ich da irgendwas hinzufügen? Erweiterung. Vielleicht hier irgendwie so hin. Hier haben wir einfach alles. Das hat auch noch vier. Wenn ich da jetzt noch andere... Ich kann mich da jetzt so Blöcke hinstellen einfach. Und da haben wir rein theoretisch ein bisschen Platz. Dann drehe ich mal kurz die Kamera um. Dann fahre ich jetzt in diesen Hinterhof noch so ein paar Blöcke rein. Es ist mir egal, wie scheiße das aussieht. Wir brauchen Kohle. Ein Restaurant. Angepasst. Da müsste jetzt nämlich einfach so Blöcke kommen. Ja, genau. Was habe ich hier? Restaurant-Erweiterung. Ja, genau. Ich möchte hier einfach so ein Restaurant. Ja. Dann... Dann füge ich das hier rechts hinzu. Ich finde es ja hoch geworden. Ich füge das hier einfach hinzu. Da darf es nicht hinzufügen. Dann hole ich hier nochmal Blöcke. So. Ist jetzt dann mit meiner Aufgabe B. Es hat doch heute eigentlich sechs Räume. Ja. Also, die sind zwar jetzt nicht genau verbunden, aber... Es sieht doch cool aus, wie ich das jetzt gemacht habe. Nicht eher. Ähm. Es sieht doch toll aus. Es ist jetzt ein Problem. Vier Erweiterung. Aber ich habe das da viel mehr. Hier, das hier. Die hier haben wir noch. Wegen mir verbindest du auch nur du. Ja. Habe ich jetzt sechs? Ja, geil. Aha. Dann kann ich den Schrott als ein Wiederverkaufen. Ähm. Mehrfachauswahl. Hier. Die vier da. Kann ich die vier bitte mal auswählen? Ich möchte hier die vier Blöcke auswählen. Das Gebäude 1. Hier. Ich möchte mir diesen Block auswählen. Ich möchte den Block auswählen und würde den gerne verkaufen. Und mir bleibt ihr da auch stehen. Wenn ich nicht weiß, wie ich ihn verkauft, dann bleibt halt da. Wir haben Kohle. Wir können eine neue Bahn bauen. Und zwar hätte ich gerne... Ähm, wo ist sie? Wo ist sie? Der Madness. Die haben wir schon. Ähm. War das Schienfahrgeschäft? Ja. Es war diese Bootbahn. Ich habe mich... Och. Die ist größer als gedacht. Wie groß wäre das denn? Oh, dass wir noch größer... Ähm. Haben wir vielleicht noch irgendwas, das ein bisschen kleiner ist? So... Schöner halt. Ja. Das ist mir alles hier zu groß. Also, ich möchte... Das ist dieses Dracking-Dings. Und ich kann mir das angezeigt werden, bitte. Da hält das hier zu lang. Das macht knapp Geräusche. Ja, das will von der Größe her noch da hinten so hinpassen, würde ich mal sagen. Wo baue ich das denn hin? So. Ähm, ja. Ähm, ich muss erst mal hier den Weg verlängern. Zwar bauen wir einmal noch hier hinten. Och, ich will noch da hinten bauen. Lass mich doch spielen, bitte. Ich wünsche mir doch nur, dass du mich Sachen bauen lässt. Nein, ich möchte da keine Kurve. Dann baue ich halt eine Kurve. So. Ähm, nein, ich möchte eigentlich die bauen. Darf ich denn die bauen? Eingang platzieren. Wo muss der denn hin? Irgendwo wäre halt cool. Das ist ja, ja. Eingang platzieren. So, ich kann nicht mit diesem Stempel da durch. Machen wir das halt so sneaky. Gehen runter. Ja, wir tief runter. So, das wird jetzt eine lange Warteschlange. Dafür, dass die mir andauernd rummotzt, dass die Warteschlange so kurz ist. Das ist so zu lang eigentlich, aber dass sie voll ist. Diese Warteschlange wird nicht so schnell voll werden. Aber ich habe halt Angst, dass die sich beschweren, dass die so weit laufen müssen. Einmal nochmal nur rum und dann verbinden wir mit dem Weg. Oh, ich habe kein Geld mehr. Scheiße. Grendel war kaputt. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Scheiße. Ähm, ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Planet Coaster. Bis dahin. Tschüss.